Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Am besten mache ich mich auf die Suche nach was Tollem. Wie dieses Video zum Beispiel, Alter. Was ein Einstieg und damit... Hi. Ja, Pokémon Schwert und Schild. Wir kriegen eine neue Verteilung. Nämlich startet am 8. Oktober ein Kinofilm mit Zaruth. Und anlässlich zu diesem Kinofilm kriegen wir verteilt ein Zaruth mit diesem Cape. Voice Crack ist mal wieder real. Äh, genau. Zaruth mit diesem Cape und ein Shiny Celebi. Und ich zeige euch in diesem Video, was ihr machen müsst, bis wann und wann ihr die Codes bekommt. Folgendes gilt es dabei zu beachten. Also, wie ihr bereits im Hintergrund sehen könnt, am 8. Oktober startet in den USA und Feindliches Königreich auf Netflix der neue Pokémon-Film rund um Zaruth. Gut. Heißt, bis zum 25. September müsst ihr euch ein Pokémon-Trainer-Club-Konto erstellen und euch dort für den Newsletter einschreiben. Wenn ihr das gemacht habt bis zum 25. September, dann bekommt ihr die beiden Codes am 7. Oktober per E-Mail zugesendet. Das Zaruth wird auf Level 70 sein mit dem Item Balschal und den Moves Dschungelheilung, Hammerarm, Blattgeister und Energieball. Während das Shiny Celebi ein Glücksei tragen wird auf Level 60 mit den Attacken Zauberblatt. Sehr, Lebenstropfen und Healbell ist vital, Glocke. Was ihr also machen müsst, ist einfach hier pokémon.de eingeben. Dann werdet ihr automatisch auf diese Seite weitergeleitet. Geht hier auf Anmelden und entweder ihr meldet euch an, falls ihr schon ein Pokémon-Trainer-Club-Konto habt, oder ihr erstellt eins. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Profilüberblick, scrollt nach unten zum Marketing-Präferenzen. Dort müsst ihr ein Häkchen reinmachen, speichern und fertig. Das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Das ist halt bis zum 25. September machen und dann bekommt ihr einen Tag vor Release die Codes zugesendet. Sprich am 7. Oktober per E-Mail. Und ja, das sollte schon gewesen sein. Stand jetzt ist nicht die Rede davon, dass man halt dieses Konto mit seinem Switch-Konto verbinden muss. Sprich, das sollte reichen. Wenn dem nicht so ist, lasse ich es euch selbstverständlich schnellstmöglich wissen. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage, haut da hin. Auf da hin.